Als Kind wusste ich nicht, was es bedeutet, für Freiheit einzustehen. Ich dachte, sie wäre immer da und ich müsste nie irgendeine Verantwortung für sie übernehmen. Heute hat sich meine Perspektive auf vieles verändert. Heimat, Selbstliebe, Familie sind mir wichtiger denn je. Vor zwei Jahren entschied ich mich dazu, meine Erkenntnisse aufzuschreiben und ein Album aufzunehmen. Liebe und Leid, zwischen diesen Worten spielt sich wohl das Leben von vielen ab. Sie sammeln menschliche Grunderfahrungen, an denen sie entweder wachsen oder eingehen. Ich für meinen Teil gebe ihnen gerne eine Stimme und bin dankbar dafür, dass sie mir zuhören. Ich begebe mich auf die Reise zu mir selbst, zu meinen Wurzeln, bis ich lerne, mein Inneres anzuerkennen und mich zu lieben. Freiheit bedeutet für mich als Erwachsener für das Verantwortung zu tragen, was wirklich zählt.